Ich möchte dir heute mitteilen, was passiert, wenn du nichts veränderst. Wenn du aktuell in einer Situation bist, die dir selber nicht gefällt, du vielleicht sogar schon gesundheitliche Einschränkungen hast, dann sage ich dir, was passieren wird. Du wirst im Fall der Fälle früher sterben. Und es klingt vielleicht hart, es klingt vielleicht provokant, aber es ist faktisch so. Also mit Anfang, Mitte 50 gibt es mittlerweile, guck dir die Statistiken an, so viele Schlaganfälle, Herzinfarkte. Und jetzt meinst du vielleicht, dass das Zufall ist, ist es eventuell in manchen Fällen auch, aber in vielen Fällen ist der Ursprung die Gewichtssituation, das Konsumverhalten, die fehlende Bewegung, die fehlende Flüssigkeitszufuhr, der mangelnde Schlaf, der extreme Stress. Und das sind eben Punkte, die muss man gegenkontrollieren. Die muss man im Blick haben, die muss man im Griff haben. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich muss halt viel arbeiten, dann kannst du das trotzdem ausgleichen. Und das musst du tun. Wenn du für Kinder, Enkelkinder, Familie, Freunde, Bekannte, Angestellte, Verantwortung trägst, beziehungsweise tragen willst, Verpflichtungen hast, dann ist das wichtig. Dann kannst du das nicht ignorieren. Ja, und das will ich dir hier nur gesagt haben. Wenn du nichts veränderst, dann wird es böse enden. Und dann haben wir den Salat. Dann gibt es nicht dieses, ich arbeite jetzt, damit ich später viel erleben kann und deshalb gebe ich jetzt Gas, damit ich im Alter schön reisen kann. Das gibt es dann nicht, weil es körperlich, mental, wie auch immer, physisch nicht möglich ist. Es ist so wichtig. Und präventiv zu arbeiten, macht in jedem Lebensbereich Sinn. Aber grundsätzlich ist es die Voraussetzung, gesund und fit zu sein oder zu bleiben. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn du dementsprechend nicht in der Lage bist, alles zu tun, was du möchtest, dann haben wir ein riesen Problem. Oder dann hast du ein Riesenproblem. Und wie gesagt, ich habe es leider schon so oft gesehen, so oft erlebt, dass Menschen mit 30 angefangen haben, in die falsche Richtung zu gehen. Und mit 40 wurde es schlimmer, mit 50 wurde es nochmal kritischer. Und dann gibt es da draußen auch viele, die laufen mit 60 an so einem Rollator, weil sie zu schwer sind, weil die Knie kaputt sind. Und nur weil die Knie kaputt sind, by the way, weil ich habe auch viele Klienten und auch Klientinnen in der Vergangenheit betreut, die Probleme irgendwie körperlicher Natur hatten, haben, weil sie irgendwas in der Vergangenheit erlebt haben oder Verschleiß, wie auch immer. Wenn du dann nicht einigermaßen fit bist, dann wird es noch schwieriger. Und dann ist der Rollator quasi vorprogrammiert. Und das wäre noch das geringste Übel. Deshalb, wenn du nicht handelst, wenn du nicht ins Handeln kommst und dein Leben, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden dem Zufall überlässt, dann, habe ich dir gerade schon gesagt, kann die Konsequenz sehr, sehr düster aussehen. Oder die Zukunft ganz allgemein. Du musst dich um dich kümmern. Und das ist schon, also, ich kann das nicht eindringlicher sagen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber naja, ich habe andere Sachen. Nein, du bist der Mittelpunkt. Du, du bist die wichtigste Person. Und danach kommt alles andere. Weil wenn du nicht funktionierst, kommt danach auch nichts anderes mehr. Deshalb musst du gesund, fit, leistungsfähig, glücklich, energiegeladen sein. Das musst du sein. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber die 10 Kilo sind nicht so schlimm. Die können schlimm sein. Die 10 Kilo können schlimm sein. Und die 20 und die 30 und die 50 und noch mehr, die sind schlimm. Ja, aber selbst 10 können schon schlimm sein. Und wenn es nur die Situation ist, dass du sagst, naja, es ist ja noch alles in Ordnung. Ich fühle mich zwar nicht so wohl, aber es ist alles in Ordnung. Dann ist auch schon nicht mehr alles in Ordnung, weil es ist mental beziehungsweise psychisch ein Problem, was wächst. Das gedeiht in dir wie eine Pflanze. Darauf musst du hören. Darauf musst du achten. Weil es wird schlimmer. Der Schmerz wird größer. Und ehe du dich versiehst, ist der Schmerz so groß, dass du kaum noch dagegen ankämpfen kannst. Weil die Arbeit dagegen zu schwer werden würde. Und dann fällst du noch tiefer ins Loch. Es ist ein Teufelskreis. Aber genau so kann es eben eine positive Spirale sein. Entscheide dich. Entscheide dich, welchen Weg du wählen möchtest. Aber ich rate dir dringlichst, dich um dich zu kümmern. Weil am Ende des Tages macht es Spaß. Es fühlt sich gut an. Und es hat halt nur Vorteile. Es hat keinerlei Nachteile. Rein rational, logisch, nüchtern betrachtet. Ich danke dir fürs Einschalten. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so teilweise auch düster vielleicht böse klingen mag. Aber es ist die Wahrheit. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Mach's gut. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.